Musik Um Musikdateien in Programmen wie Autoshow oder Show Creator benutzen zu können, müssen diese eventuell angepasst und ins Webformat gebracht werden. Dafür gibt es viele Programme, die Sie nutzen können und wir werden Ihnen heute Audacity vorstellen, welches gratis nutzbar ist und für diese Zwecke sehr gut geeignet. Audacity bekommen Sie als gratis Download auf audacityteam.org Ich klicke hier auf den Button Download Audacity und kann jetzt wählen, für welches Betriebssystem ich das downloaden möchte. Ich möchte das für Windows downloaden und komme jetzt auf eine Seite, auf der mir meine Downloadmöglichkeiten angezeigt werden. Hier finde ich die aktuelle Version von Audacity, sowie optionale Plugins für zusätzliche Formate und Effekte oder die Möglichkeit, an altere Versionen zu gelangen. Ich klicke jetzt also auf den Link der aktuellen Version und werde auf das Download Archiv geleitet. Ich wähle jetzt den Windows Installer aus, speichere die Datei und einen kurzen Moment später ist die Datei in meinem Download Ordner. Bei Firefox kann ich hier oben meinen Download Ordner öffnen. Ich doppelt klicke mit der linken Maustaste auf die Installationsdatei, um diese zu starten. Möglicherweise bekommen Sie jetzt eine Anfrage, ob diese Änderungen zugelassen werden sollen. Bestätigen Sie dies mit Ja. Als nächstes können Sie die Sprache wählen, mit der Sie Audacity installieren wollen. Einfach mit OK bestätigen. Dann beginnt der Setup-Assistent mit der Installation. Hier auf Weiter klicken. Dieses Informationsfenster erklärt die Nutzungsbedingungen dieser Freeware. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren. Jetzt können Sie den Installationspfad bearbeiten, unter dem das Programm installiert werden soll. Ich belasse es beim Standardpfad und klicke auf Weiter. Jetzt kann ich wählen, ob ein Desktop-Symbol erstellt werden soll. Das möchte ich haben und klicke auf Weiter, was mich zu einem letzten Kontrollfenster führt. Hier sehe ich meine gewählten Einstellungen und Installationspfad, die so in Ordnung sind und starte mit Installieren. Nach einigen Sekunden ist die Installation abgeschlossen, worauf sich ein weiteres Informationsfest öffnet, das mir noch einmal die Nutzungsbedingungen erklärt, sowie weitere Informationsquellen nennt. Ich klicke einfach auf Weiter zum Abschlussfenster und kann hier wählen, ob Audacity jetzt auch gleich gestartet werden sollen. Ein Klick auf Fertigstellen beendet die Installation. Jetzt können wir beginnen, mit Audacity zu arbeiten. Was für Arbeiten mit Musikpfeils in dem Showprogramm wichtig ist, ist, dass die richtige Abtastrate eingestellt ist. Wenn diese nicht stimmt, wird es später zu Problemen mit dem Timing in der Show kommen. Um diese Einstellungen als Grundeinstellungen festzulegen, öffne ich das Menü Bearbeiten und Einstellungen. Suche mir hier im folgenden Dialogfenster den Abschnitt Qualität. Jetzt kann ich hier die Standardabtastrate und das Standardabtastformat einstellen. Die Abtastrate ist hier mit 44.100 Hz schon richtig eingestellt. Sollten Sie hier einen anderen Wert haben, ändern Sie diesen auf 44.100. Das Abtastformat muss auf 16-Bit eingestellt werden. Die Voreinstellungen von 32-Bit dürfen Sie nicht belassen. Bestätigen Sie diese Einstellung mit OK. Sie können jetzt Ihre Musikdateien entweder mit der Funktion Importieren unter Datei importieren in das Programm holen oder einfach per Drag & Drop ins Programm ziehen. Ich habe mir eine MP3-Datei vorbereitet, die noch ins Wave-Format konvertiert werden muss. Im Hauptfenster sehen Sie Ihre Tonspuren und am linken Rand die Einstellungen der Tonspur. Hier können Sie kontrollieren, ob die Datei die richtige Abtastrate hat. Bei diesem Beispiel ist das jetzt der Fall. Ich ziehe mir jetzt also eine Datei herein, die noch angepasst werden muss. Hier an der linken Seite sehe ich also die Abtastrate mit 48.000 kHz. Sie könnten jetzt hier mit diesem kleinen Puldermenü die Abtastrate ändern. Aber das würde die Dauer des Musikstücks auch verändern, was die Musik also schneller oder langsamer ablaufen ließe, was natürlich nicht gewünscht ist. Wählen Sie deshalb im Menü Spuren den Punkt Abtastrate und stellen Sie 44.100 Hz ein. OK drücken und Audacity ändert nicht nur die Abtastrate, sondern berechnet auch die Dauer des Musikstücks neu, sodass es zu keiner Veränderung des Zeit oder des Tempos kommt. Jetzt könnte ich die Datei bereits für die Show exportieren. Ich zeige Ihnen aber noch, worauf Sie noch achten sollen, bzw. einige praktische Funktionen von Audacity, die für einige von Ihnen interessant sein könnten. Achten Sie darauf, dass Sie keine übersteuerten Tonspuren benutzen. Ich werde jetzt eine übersteuerte Tonspur importieren, damit Sie sehen, wie Sie das erkennen können. Sie können hier sehen, dass der Ausschlag der Tonspur über den Bereich der Anzeige hinausgeht. Die Toninformation in diesem Bereich ist damit verloren und die Tonqualität leidet deutlich. Solche Dateien sollten Sie nicht benutzen. Deswegen lösche ich die Spur wieder. Ich möchte jetzt in der Show, bevor die Musik startet, eine Stille einfügen, in der ich bereits Effekte einbauen kann, die bereits zeitlich abgestimmt sind. Ich klicke also an den Beginn meiner Tonspur und damit ich sicher gehen kann, dass mein Cursor auch wirklich am Anfang steht, kann ich unter Transport Cursor nach auf Spuranfang klicken oder auf der Tastatur die Taste J drücken. Um eine Stille einzufügen, klicke ich auf Erzeugen und Stille und kann dann die Dauer der Stille einstellen. Ich klicke dann auf OK und an der gewählten Stelle habe ich also entsprechend viele Sekunden Vorlauf. Jetzt könnte es noch sein, dass ich weiß, dass aufgrund der Art des Aufbaus meiner Soundsystems bei der Show ein Musikstück in Stereo ungeeignet ist. Nehmen wir an, ich beschale mit sehr weit auseinanderstehenden Boxen. Ich kann für solche Fälle mein Musikstück in eine Monospur mixen. Ich markiere also meine Spur und wähle den Menüpunkt Spuren-Mix-Stereo-zu-Mono-Horn herunter mischen. Dabei werden beide Stereospuren vermischt, es geht also nichts verloren und in einer einzelnen Spur ausgegeben. Ich kann aus dieser Monospur auch eine Stereospur erzeugen, bei der beide Kanäle gleich klingen, falls ich das wünsche. Dazu dupliziere ich zuerst meine Monospur mit Bearbeiten, Duplizieren. Immer beachten, dass die Tonspur, die Sie bearbeiten wollen, auch ausgewählt ist. Jetzt habe ich zwei identische Monospuren, die beide markiert sind. Das kleine Puldermenü an der linken Seite enthält die Option Stereospur erstellen, die die Spuren jetzt zusammenfügt. Ich bin jetzt mit meiner Tonspur zufrieden und möchte diese jetzt exportieren. Bisher hatte ich MP3-Dateien. Diese eignen sich aber nicht für die Verarbeitung in meinem Showprogramm. Ich wähle daher im Menüpunkt Dateien exportieren den Punkt als WAVE exportieren. Ich gebe jetzt meinen gewünschten Dateinamen an. Der gewählte Dateityp ist WAVE 16-Bit, was korrekt ist. Ich speichere das und bekomme noch ein Dialogfenster, in dem ich die Metadaten der Datei bearbeiten kann. Während Metadaten für gewöhnlich eine gute Sache sind, könnten Sie für unsere Zwecke in Autoshow oder Show Creator später ein Problem darstellen. Besonders, wenn eventuell sogar Coverbilder mit den Metadaten eingebettet sind. Deshalb löschen wir sicher jetzt aber alle Metadaten. Ein Klick auf OK erstellt dann die WAVE-Datei im Zielordner. Diese kann ich jetzt so in Autoshow oder Show Creator verwenden. Ich hoffe, dieses kurze Tutorial hat Ihnen helfen können. Und wenn Sie weitere Videos in dieser Art sehen möchten, vergessen Sie nicht, unseren Kanal auch zu abonnieren. Energän Cheg's Energän 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 Vielen Dank.